Alter, die ganzen Programme, die bei mir laufen. Bei mir läuft Skype, der Editor für meine Anweisung, meine Sound-Einstellung, der Audio-Repeater, Cubase, Audacity, der MSE-Afterburner, Riverburner, meine Auflösung und Minecraft. Ich habe zehn Fenster offen für eine Aufnahme. Was ist denn der Riverburner? Na, keine Ahnung, da kommt er mit dem Afterburner dazu. Rivertuner meinte ich. Ich habe halt den Riverburner, das kann man schneller sagen. Burnout, ey. Der Burn-Sick. Sickness of Swagness. Was? Was? Nein. Irgendwie traue ich mich gar nicht, irgendwas zu sagen. Warum nicht? Ich weiß nicht. Wird diese Aufnahme perfekt? Sag mir, dass sie perfekt wird. Nö. Ich brauche ein bisschen Unterstützung, weißt du? Ich brauche ein bisschen Vertrauen. Ich brauche ein bisschen Glauben. Ansonsten, ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine vernünftige Minecraft-Aufnahme klappt. Glauben kannst du in der Religion, können wir jetzt endlich anfangen. Ja, okay. Ich dachte, das wäre schon der Anfang gewesen, aber gut. Was? Dann halt hier ein offizielles Intro, bitteschön. Hallo und willkommen zurück bei Rising Bros. Wollte schon Magia-Zirkel sagen. Bin ich nicht gut drauf? Ich bin gut drauf. Wo ist denn wieder? Runter mit dir. Runter mit dir. Runter mit dir. Da runter. Komm hier mit meinem Magic-Stick. Komm, bück dich. Rein in den Schnee. Ich will dein Magic-Stick nicht. Mensch, Mist, den Witz versteht nicht mal einer. Hat keiner gesehen beim letzten Mal. Ja, nee, irgendwie nicht. Ja, weil wir unfähig sind. Ich sag nur einen halben Euro. So. Halber Euro. Ja, genau. Da gibt's so dieses Bild von 50 Cent. Oh, jetzt hast du den Künstlern am Verraten. Jetzt kriegst du, jetzt ist das eine Copyright-Verletzung. Und dann ist sein Kopf zweimal nebeneinander und darunter steht ein Dollar. Ist doch schön, ne? 50 Cent, 1 Dollar. Aber die Frage ist, was schlimmer ist, dass er nur 50 Cent wert ist oder dass man seinen Kopf zweimal sehen muss. Jetzt halt mal auf damit. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Aber es gibt ja auch Clint Eastwood und Clint Westwood, nicht wahr? Wo einfach das Bild gespiegelt ist. Das ist so geil, da gibt's so viele schöne Sachen. Im Religionsunterricht haben wir mal Gran Torino gesehen. Und auf die Diskussion hin, ob er rassistisch ist oder nicht. Also mit seinen Äußerungen, ne? Der Typ. Ich weiß, wir wollten im Religionsunterricht mal Matrix gucken, weil Neo ja eigentlich wie Jesus ist. Ist er das? Haben wir denn aber doch nicht geguckt. Was macht mein Pferd eigentlich schon wieder hier? Es ist schön, dass du es wiedergefunden hast. Es wandert los. Ja, kurze Erklärung für die Zuschauer. Aber irgendwie scheint hier ein Bug drin zu sein, dass, wenn der Server runterfährt, dass die Leine weg ist. Ja. Weil die Leine wahrscheinlich ein Entity ist und Entities ohne Namen, die spawnen. Und deshalb müsstest du der Leine vielleicht einen Namen geben und da würde ich einfach keine Ahnung. Ich nenne sie Leine. Ja, wie auch immer. Wir haben da ja einen, wir haben ja einen Anvil und du hast bestimmt ein paar Level zum benennen. Nein. Doch, doch, hast du. Jetzt lass uns ja nicht anfangen hier. Jawohl, Glenvan. Wenn ich jetzt eine Peitsche hätte, würde ich dich antreiben. Wir wollten doch da oben zu dieser Insel nach oben, nicht wahr? Oh, warum ist hier ein Ballon? Wollen wir etwa damit hochfliegen? Jawohl, damit fliegen wir hoch. Und wenn du mir nochmal so doof kommst, dann gibt es wieder eine mit der Peitsche. Bin ich doch gewohnt. Das spüre ich schon gar nicht mehr. Ich werde jetzt da reingehen und dieses ganze Konstrukt zu einem Entity machen. Und das bedeutet, du würdest durchfallen, wenn du in diesem Moment hier draufstehst. Das heißt, ich mache es beweglich und dann kannst du mit einem Rechtsklick auf den Sitz neben mir Platz nehmen. Du meinst durchfallen wie durch meine Führerscheinprüfung? Genau so. So, komm jetzt. So, ähm, äh, Assemble Chip. Äh, Mount Chip. So, jetzt ist es, glaube ich, ein Entity. Jetzt müsstest du durchfallen. Ich komme jetzt gar nicht drauf. Ich kann es auch irgendwie nicht bewegen. Doch, ich kann es bewegen. Ich kann es bewegen. Äh, komm mit einem Rechtsklick auf den, auf den Sitz. Da müsstest du eigentlich, äh, Platz nehmen können. Genau, da bist du. Boah, da bist du zu nah hier. Geh weg. Ja, dann guck halt nach vorne, mein Güte. Und jetzt können wir hier unseren langsamen, sehr langsamen Aufstieg zu der Insel wagen. Unseren qualvollen Tod, ey. Wir werden alle sterben. Warum denn qualvoller Tod? Tod, alles ist gut. Du hast doch deinen Hang Glider. Hast du den eingesteckt? Ja, natürlich. Sehr schön. Kannst ja schon mal ausrüsten. Nur weil Sicherheit. Ich trau dir nicht. Ich kann nur sagen, diese verfluchte Mod war ultra buggy und serverkillend. In der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob das besser geworden ist. Kann ich es echt nicht sagen. Sind die Aura-Nords eigentlich wieder voll? Das ist gut möglich. Aber der Chunk war wahrscheinlich nicht geladen. Vielleicht liegt es auch daran. Ich bin mir nicht sicher. Oh, die Luft wird immer dünner hier oben. Vielleicht muss da dein Pferd auch einfach in einem geladenen Chunk drin sein. Und dann würde es nicht wegrennen. Vielleicht reicht das. Vielleicht. Und guck mal, jemand hatte gesagt, ob wir nicht auf die Bäume klettern können und von da auf die Insel springen. Ich habe mich gefragt, warum das auf die Bäume klettern einfacher ist, als einen Turm zu bauen. Aber können wir nicht, weil die Insel viel höher ist als die Bäume. Das ist aber ein majestischer Baum. Äh, majestätischer. Majestisch. Ja, ja, wir haben über Asterix geredet vorhin. Daher kommt das. Ganz schön majestisch. Ja. Also ich würde ja gerne mal einen YouTuber endlich mal sehen, der Asterix und Obelix XXL 2 spielen würde. Oh ja, das wäre ja großartig. Ja, wer macht denn sowas hier? Gibt es doch in der breiten YouTuber Szene nicht. Macht das Kronk etwa? Nein. Guck mal, da kommen schon die Weins runter. Wir sind fast da. Ich weine auch gleich. Es ist gar nicht so weit oben, wie ich befürchtet hatte. Ist in Ordnung. So, wenn ich jetzt da hingehe. Oh, guck mal, eine Ruine ist das. Du könntest jetzt natürlich mit linker Schifftaste aussteigen, dann fällst du aber runter. Das heißt, du musst warten, bis ich das Schiff geparkt habe, sonst sind die Blöcke unter dir keine richtigen Blöcke. Wenn es ist wie mit einem Boot, dann fällst du runter und stirbst. Aber sauber einparken. So. Oh, eine Chest ist da. Nur eine Chest. Kampf um den Tod oder wie regeln wir das, wer die bekommt? Äh, wie kann ich dann runterkommen? Z. Z geht runter. Okay. So, jetzt versuchen wir das mal. Ja, wahrscheinlich sollte es Y sein, aber, ähm. Ja. Ich darf nicht zu nah dran parken, ansonsten denkt das Schiff, die Insel ist Teil des Schiffs. Und dann ist es zu schwer zum Fliegen und fällt runter. So. Ähm, ich glaube, die Taste war das? Nee, jetzt ist es nur ausgerichtet. Okay, die Taste und was muss ich denn jetzt drücken? Da. Oh. Okay. Haha, ich hab's geschafft. Ah, Mist, ich steck fest. Ah. Ah. Glendern. Glendern. Finger weg. Egal was das ist, lass es in Ruhe, es gehört mir. Ich bin, äh, ich komm nicht durch. So. Was ist drin? Eine ganze Formium-Rüstung. Ah, nackern. Ganz große. Das gefällt dir ja gut, ne? Aber, aber, aber. Nix aber. Wie wär's, wenn wir die teilen? Ich hab nämlich auch keine komplette Rüstung. Du kannst mein lila Hemd haben. Formium-Rüstung. Das ist von Formcraft, Mensch. Eine komplette Formium-Rüstung. Ja, ich seh's. Scheiße. Und was, war's das? Oder ist da noch mehr drin? Da ist noch mehr drin. Rare Treasures und so. Okay, wie wär's, wenn ich die bekomme? Du kriegst die Common Treasures, okay? Wie jetzt? Du kannst mir doch nicht einfach alles wegnehmen. Bin ich nicht der Käpt'n? Mann, ich komm hier einfach nicht durch. Das ist übrigens eine schlechte Idee. Du wirst wieder aufsteigen müssen. Aber ich kann auch mit meinem Paraglider jetzt runter. Du kannst du einfach runter? Könnte ich auch. Dann müssen wir das Schiff aufgeben. Wollen wir das Schiff aufgeben für diese majestische Aussicht? Ja, die Zuschauer sagen nix. Also mir ist es egal. Ach man, das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein bisschen Wolle hier. Das ist alles nicht so wertvoll. Wir können einfach runterspringen. Komm. Yay. Yay, wir springen runter. Oh yeah. Oh baby. Du fliegst aber auch ganz schön schnell. Mit Schiff kann man schneller werden, nicht wahr? Weißt ja. Mhm. Hoffentlich werden wir nicht vom Server geschmissen oder so. Ich meine, wir sind in 200 Blöcken Höhe. Das wird ziemlich lange dauern, bis wir unten sind. Ja. Aber ich fliege die ganze Zeit um den Baum rum. Genau, wie so ein Geier um seine Beute rum, bis er endlich stirbt und verhungert war. Oder verdorstet. Beute. Guck mal, der Maya-Tempel. Was ist noch da drin bauen? Was war der Maya-Tempel? Na, der sieht schön aus von hier oben. Ach so, hier oben auf dem Berg ist noch ein zweiter, ne? Das hat man in der letzten Aufnahme gesehen. Oder eigentlich auch eher nicht. Was? Wo? Wo denn? Also wenn wir jetzt hier vom Dorf aus, ich hab die Mett nicht an, da ist da so ein Schneeberg hier. Ja, ich bin bei dir. Und da oben ist auch ein Tempel und jetzt crashe ich gleich in einem Berg. Das ist ne Chest. Ähm, ich bin auch in den Berg gecrasht, aber ich seh keinen Tempel. Das ging ja doch schneller, als ich dachte. Da ist ne Node. Oh ja, zu den Nodes muss ich noch eine Sache sagen. Es gibt auch Hungry Nodes. Wenn du also jemals den Eindruck hast, dass du irgendwie die Kontrolle über deinen Charakter verlierst und in irgendeine Richtung gezogen wirst, dann renn weg, die wird dich anziehen und umbringen. Und das ist keine Node, das ist ein Wisp. Das ist ein Gegner. Oh. Der wird dich angreifen. Das hab ich auch grad gemerkt, dass ich die Truhe geplündert hab. Ja. Also wenn du wirklich irgendwo stehst und plötzlich in eine Richtung nicht mehr laufen kannst oder so, dann gib dir die größte Mühe, so schnell wie möglich da wegzukommen. Eine hungrige Node wird dich einfach ansaugen und töten. Ach, da ist das falsche Haus. Und weil sie alle Entities zu sich zieht, wirst du auch dein ganzes Zeug verlieren, was du droppst, wenn du stirbst. Haha, ich hab keine Penner mehr im Haus. Das heißt, dein ganzes Inventar wird dann gelöscht. Das war Warnung genug. Penner hat noch keiner gesehen. Ach ja, stimmt. Ja. Hier gibt es nämlich tatsächlich Villager, die sich in der Nacht ins Hausrind legen mit einem Bett und da pennen. So ein Feldbett, ey, so richtig. Da dann übernachten. Hat dich auch noch nie gesehen. Finde ich sehr, sehr cool. Okay. Aber was brauchst du für Rüstung? Äh, ich hab doch nur Schuhe. Du hast eine volle Formium-Rüstung. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich hab nur Schuhe. Jetzt hab ich dein schwitziges, äh, Netzhemd. Ja. Blast Protection. Das riecht noch ein bisschen fischig. Fischig? Okay. Was noch? Nein, komm, ich geb dir was ab. Was fehlt denn noch? Na, siehste doch. Ich steh doch vor dir. Ich hab keine Hosen an. Und ich hab keinen Hut. Ich geh hier an. Warte mal, die hab ich grad nicht in Truhe gedrängt. Nein. Du blöder Idiot. Komm her. Ich brauch, ich brauch unbedingt Gravel, sonst können wir uns keine vernünftigen Schwerter machen. Hier, ich geb dir meine Hose. Hurra. Formium Leggings. Okay. Jetzt hab ich nur keine Hose. Wir, ich brauch Gravel, verdammt. Kann jetzt bitte irgendwer losgehen und Gravel sammeln? Sonst wird unser Furnace nie fertig. Alles klar. Ich hab übrigens mein Haus ein bisschen ausgebaut. Ich hab hier eine kleine Verbreiterung in meinem Schlafgemacht gemacht und damit mit deinem anderen Haus zusammengeschlossen. Aber das Haus war nur so groß wie ein kleiner Schuppen oder so. Also keine große Veränderung. Fossilien. Ich könnte jetzt auch natürlich Dinosaurier machen. Ich bin gar nicht vorbereitet. Das ist doch was. Weil ich hatte irgendwie keine Lust mehr, mich vorzubereiten, weil das immer im Arsch geht. Ja, morgens kriegst du schon die Nachricht, so grad aufgestanden vom Pest. Die, ey, ich bin schon inscribed, ne? Wenn du online bist, dann nehmen wir auf. Ja, genau. Ich wollte ja nur sagen... Und so fängt der Tag schon mal an. Ja, ich bin bereit, wenn du es bist. Was tust du? Ach so, ja, okay. Du hast grad, ich soll Gravel holen. Ja, ja, natürlich. Ich werd den Zuschauern noch kurz zeigen, dass man diese Bio-Fossilien auch hinstellen kann und ein Museum machen kann, wenn man wollte. Ich hab hier ein Baby an Kylosaurus. Ganz nett, wenn man das möchte. Möchte ich aber nicht. Ähm, wo ist denn jetzt... Ach so, ja. Weil ich werd jetzt gucken, ob ich einen Analyzer bauen kann. So. Analyzer. Analyzer, ja, findest du schön, weil Anal drin ist, oder was? Ich wollt's ja nicht so direkt sagen. Warum nicht? Warum nicht? Mein Kanal... Hat die Serie ein gewisses... Obwohl, bei der letzten Magia-Zirkel-Folge... Okay, vergessen wir's. Mein Kanal ist nicht jugendfrei. So. Das ist... Guck mal, das ist alleine schon... Alleine schon wegen den Spielen, die ich behandle. Die sind manchmal nicht jugendfrei. Da muss man in meinen anderen Serien mit rechnen, dass ich böse Wörter benutze. Also außer Shadow Warrior ist mir jetzt nichts aufgefallen. Ähm, Fallout 3. Ach ja, das hab ich auch in der Google-Suche gefunden. Das ist übrigens der erste Treffer, wenn man Pessitolo-Suche eingibt. Ja, das ist gut möglich. Könnte aber auch nur sein, weil... Weil ich in deinen Kreisen bin in Google. Bin ich das überhaupt? Ich versteh das System nicht, wenn ich ehrlich bin. Äh, ne, das ist sowas... Man, das ist sowas wie das Folgen auf Twitter. Du gehst dann halt auf deine Google-Seite und dann hast du da die letzten Posts von den Leuten, denen du folgst. Mehr ist das eigentlich nicht. Ja, ich versteh das, aber das... Das ist... Weiß ich nicht. Und was verstehst du denn nicht? Du hast eben gesagt, du verstehst das. Hä, versteh ich nicht. Nein, ich versteh das nicht. Wie jetzt? Ich versteh das ganze System nicht. Warum nicht? Was bringt mir das? Na, du siehst, was die anderen schreiben. Es ist ein Social Network. Frag mich doch nicht, was das bringt. Ja, aber... So wildfremde Leute, die ich nicht kenne und die mit Let's Plays auch nichts zu tun haben, sondern eher so Musiklabels oder so, die packen mich in ihren Kreis. Aber warum? Ich hab vorhin auch irgendeine Frau oder so, irgendeine... Ja, so ein Model oder so was. Eine Asiaterin oder so was. Vielleicht war das sogar die gleiche wie bei dir. Ich weiß auch nicht. Ein Model hatte ich auch schon mal. Guck mal, ich hab hier in dem... Wahrscheinlich machen die nur Promo oder so. Guck mal, ich hab in den Analyzer Biofossils reingetan und ich hab bis jetzt nur ein bisschen Bonemeal bekommen. Aber wenn wir Glück haben, bekommen wir Dinosaurier-DNA. Und daraus stell ich dann Eier her und die kann ich auscraften. Und wenn ich dich da reinstecke und man dich analysiert, kriegt man dann auch Pest-DNA raus. Ähm... Also davon ab, dass man das nicht wollte, aber... Das erinnert mich an eine Spongebob-Folge. Ja. Wo Plankton mit seinem Analysator kommt und zeigt, wie toll der ist. Der analysiert alles, was man reingibt und der sagt einem dann, woraus es besteht. Und der packt Seegras rein. Der sagt 50% See, 50% Gras. Fand ich sehr cool. Daran erinnert mich das. So, ich hab übrigens DNA bekommen von einem Galimimos. Könntest du... Oh, und hier. Noch einer. Ein Leopleorudon-Sand. Kommt der jetzt her. Ähm, wie wär's, wenn du mal für die Zuschauer kurz googelst und mir kurz eine Beschreibung von diesen Dinosauriern gibst? Ein Rare Treasure. Ja, du wolltest das doch haben. Okay, jetzt musst du aber kurz hierbleiben, um zu gucken, was ist da drin. Okay, ein paar Gold Coins. Ein Gold Ingott und ein Potion of Strength. Mit 130% Attack Damage. Über 8 Minuten. Ja, ich auch noch Gold Coin. Ein Emerald, ne? Ne fürs Protokoll. Ja. Ein Gold Ingott. So, jetzt. Zwei Emeralds. Nochmal 10. Oh, eine Iron Chestplate mit Protection 1. Ich würde eigentlich ganz gerne mal wissen, was du so in deinem Inventar drin hast. Dafür hast du doch bestimmt wieder eine Super-Mod installiert. Was für eine Mod? Weiß ich nicht. Damit ich weiß, was in deinem Inventar drin ist? Nein? Ja. Nein, habe ich nicht. Meine Güte, wie viel hast du denn? Guck mal, du lässt alles fallen. Du hast gar keinen Platz dafür. Ja, aber den goldenen Apfel habe ich noch. Splash Potion of Strength. Okay, ich habe keine, keine Fossilien mehr. Und ich habe ein Mundane Amulet. Mundane, das wird nichts tun. Moment, ich muss kurz in die Mod-Option reingehen und hier mal was umstellen. Das gefällt mir nämlich nicht. Armor Status hat, will ich nämlich konfigurieren und es vertikal haben. So. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Auf der linken Seite wird ja die Durability von deiner Rüstung angezeigt. Und die könnte sich mit deiner Hotbar überlappen, wenn sie horizontal ist. Ah ja, richtig. Deshalb kannst du die vertikal einstellen, wenn du darauf Wert legst. Nee. Nicht, na gut, dann nicht. Würdest du bitte für die Zuschauer mal nachgucken, wie ein Galimimus aussieht? Oder mal eine kurze Beschreibung oder so, dass wir uns das vorstellen können, was uns erwartet. Ein Galimimimus? Galimimus. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das irgendwie ein berühmter Dinosaurier? Hier sind sehr viele Dinosaurier drin. Auch viele, von denen ich noch nie gehört habe. Galimimus. Ich habe keine Ahnung, ob man den kennen sollte. Ich rede jetzt ein bisschen quer. Sieht aus wie ein kleiner Zweibel. Sieht aus wie eine Ente bei mir. Also ich habe ja dieses kleine Icon. Sieht aus wie eine Ente irgendwie im Spiel. Ich habe es gleich, Moment. Ja. Wie schreibt man das gar? Galimimus mit Doppel-L. Okay, Culture. Galimimus, okay. Es ist... Es sieht aus wie ein Räuber. Oh weh. Also ein Fleischfresser, ja? Ja, zumindest Reißzähne. Das ist so ein Zweiläufer, also so ein Zweibeiner, nicht? Mit kurzen Armen. Aber so einen ganz langen, ähm, schlangenartigen Hals und Kopf. Ja, stimmt. So wie ein Raptor, nur langgezogen. So sieht das aus. Wie groß ist denn der? Müssen wir uns Sorgen machen? Äh, muss ich jetzt nach Minecraft suchen? Ich bin jetzt bei Jurassic Park. Nein, nur nach den richtigen Bedingungen. Die haben das relativ realistisch gemacht. Wenn der Dinosaurier groß war, ist er im Spiel auch groß. Okay, warte. Die haben sich schon Mühe gegeben. Mit einer Länge von vier bis sechs Metern. Ähm, wollen wir das vergessen und einen anderen Dinosaurier? Ich will einen Tyrannosaurus haben, der dich dann auffrisst. Der ist doch auch vier bis sechs Meter groß, oder? Der ist größer. Ja? Weiß es nicht. Oder? Ich bin jetzt nicht so der Dinosaurier-Experte. Ich weiß es auch nicht. Ich habe hier noch ein Leopleurodon. Das sieht aus wie ein Fisch, der hat Flossen. Und ich habe auch eine Triceratops-DNA. Ja, Triceratops kenn ich. Ja. Aber der ist doch größer, oder nicht? Ich weiß nicht, aber das ist ein Pflanzenfresser. Der wird uns nicht angreifen. Der hat ja seine Hörnern zur Verteidigung, ne? Genau. Hast du, äh, ein Cactus Green oder ein Kaktus? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich viele Kakteen habe in meiner Truhe. Ähm, weil ich die, doch die Pferde retten wollte, bevor ich sie, äh... Stimmt. Die Aufnahme war ja... Heile. Naja, die konnte ich retten. Aber heile war sie auch nicht. Aber das, aber dieses, man muss ja mal sagen, äh, nicht? Wir sind ganz schön widerspenstig oder widerstandsfähig, ne? Was, was der Serie schon alles passiert ist. Unglaublich. Ich sag mal, von zwei Folgen 100% Ausfall erst mal. Ja. Und die letzte Magier-Zirkel-Folge war auch eine Katastrophe. Ja, das finde ich aber ein Pessys PC. Stimmt doch gar nicht. Ich glaube, wir brauchen einen neuen. Jetzt quatsch nicht blöd rum. Alle in die Kommentare, Pessy braucht einen neuen PC. Ja, wo das denn faktor ist. Jetzt ist Queens. Ganz Fernsehbuch wurde in Memphis slip. Das war meine fortunately. Nein. Park woOOoocomp, ich bin nicht Next. Ich bin zwei oder 30 Minuten, bis jetzt Here. Allgeist für die Farm zu ohne Karten, durch diesen Knick. Sch asymmlich auf dem фильма, damit habe ich jetzt zu halten, sondern nicht anderes damit habe ich jetzt fest dich. Nein! Jessie jetzt ist nicht Author. recreate ich Indisch, ja. Tür respekt mich. Das und dritte.